Halva präsentiert den ersten Shopper mit Notebook-Fach im Sortiment. So geht man und vor allem Frau heute schicker und modebewusster zu Geschäftstermin und schlürft nach Feierabend lässig einen Latte Macchiato im Café oder geht schnell noch einmal einkaufen. Dann schnappt man sich die verstaubaren Handgriffe oder wirft den abnehmbaren Schultergurt um. Ganz nach Belieben. Kurzum, der richtige Rahmen für alle, die gerne stilbewusst unterwegs sind. Übrigens bietet der Notebook-Shopper Frame für die individuelle Veredelung Halva Fastlane einen kleinen vormontierten Träger.